Stiefelmessung mit den SWR Pro von Thiem. Und zwar Schalter FWD und der andere Schalter auf SWR. Dann Träger drücken. Den Podi so lange drehen, bis er unten auf Unendlich steht. Schalter umschalten. Und dann kann man die Stilwelle sehen und die Leistung. Das war's. Zu Messaufbau Antenne halt, wo Antenne steht. Und zu Funke, da wo TX steht. So, das ist die kleine Leistung gewesen. Auf 2 Meter. Schalten wir mal auf mittlere Leistung. Mittlere Leistung. Zur Kontrolle nochmal. Schalter nach rechts oben. Schalter links unten. Träger drücken. Wieder reinstellen. Auf Unendlich. Schalter nach links. Stehwelle 1,5. Und Leistung 25. Hier kann man sich jetzt wie sie. Sonst ist es wütend. Hier kann man sich jetzt, wie sie, klicke.